Oh, oh, oh. Und auf gut Glück hoffen. Ja? Ich mag ihn jetzt schon nicht. Weil der gehört auch mit zu den schnellsten Gegnern im Spiel Und auch zu den blödesten, ekelhaftesten Na, oh Und viel kann er eigentlich nicht Außer rumätzen Na Na, oh Immerhin habe ich ihn auch getroffen Ach ja, und hier in dem Bosskampf schone ich auch nicht Irgendwie mal ein E-Tanks zu benutzen Ja, prozentual haben wir eigentlich gleich viel HP, kann das sein? Na, jetzt nicht mehr Ich treffe aber auch nie Komm, komm, komm Boah, drei Mal, was ist da? Oh, vier Mal, oh, fünf Die dumme Sau Na, wohin schieße ich denn hier? Dam, dam, dam Kann sich nur noch um Stunden handeln Oh, oh Nein So, prozentual Jetzt führt's wieder hin So nach einem Schlag noch von ihm Dann halte ich mich Jetzt halte ich mich Ist sicher Oh Schwach Ja Kacke Gucken, hab ich da trotzdem noch hinbekommen Das ist immer so Wo man wirklich aufpassen muss Und die blöde Zunge Das ist so Obwohl das Ekelhaftes da nimmt So Oh, okay, okay Egal, den packe ich Den packe ich Und wenn's das Letzte ist, was ich tue Hm, die gleichen Bögenfehler Und schon wieder Mann, 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 Mann Der lässt mir aber auch keine Chance hier Ah, wieso bin ich immer so blöd Und geh so hoch Egal, egal Es ist Ich geh lieber auf Nummer sicher Weil jetzt ist der Der hat nur noch zwei Striche So Ja Der schwerste Gegner wird wohl Amor und Armadillo sein Oder Octopus Einer von beiden Krieg jetzt schon Kopfschmerzen Oh, ist das super Naja, egal Er ist gefallen Das ist wichtig Sehr wichtig Und ich hab die verdammte Amor Ja Dann mach ich mal Einen kurzen Schnitt Und Ja, weiß ich nicht Ja gut Auf jeden Fall ist dann Part 3 erstmal hiermit zu Ende Aber für euch hat's gefallen Bis dann Tschüss Tschüss Tschüss